ja willkommen zurück im auenland in buckelstadt um genau zu sein und wir wollen das verschwinden bzw diesen geist vom alten tuk ausfindig machen und haben gerade keine rippchen gesammelt in der letzten folge und werden jetzt zu dem gehen bitte lasst mich mit meinem kummer allein die rippchen riechen einfach kürzlich da hat mich raten der koppel raus der kommt wieder raus er kommt wieder raus wo je das war wohl auch nicht richtig ich hoffe ich belästige euch nicht dürfte ich vielleicht mit euch sprechen genau jetzt wurde ich vollwerks körper und dann muss ich selber gucken gehen weil ich irgendwie sowas war das aber machen wir auch 61 haben wir schon wir können es fast an einer hand abziehen es ist bald soweit wirklich da hinten in der michelbinge kommt schon spiel willst mich echt verarschen hier rennt nur durch die gegend das ist echt unglaublich aber ich weiß dass die quest noch ein paar folge quest hat also die quest reihe und deswegen ist sehr gut ist oder sehr wahrscheinlich ist dass wir mit dieser quest reihe also die hat bestimmt noch so also 23 hat die mindestens noch alle auf jeden fall das weiß ich das heißt damit kommen schon mal ein großes stück mehr in richtung von der 75 weil ich weiß nicht wo ich sonst langsam noch quest her holen soll es gibt garantiert irgendwo noch ganz viele aber ich weiß nicht wo weil ich war eigentlich überall und ich hatte eigentlich immer viel angenommen aber offensichtlich sind auch vieles einfach mal dann irgendwelche folge quest und im zweifelsfall machen wir bis 70 oder bis 65 und danach gehen wir her und machen nur noch diese pfandkuchen und haben dann automatisch auch weil die zählen mich auch jedes mal als quest soll diese pfandkuchen dinge das kann man natürlich auch dann tun also werde ich wahrscheinlich auch da muss ich nicht alle ich muss die pfandkuchen dinge ja sowieso alle machen wo sie eigentlich hin unten rein oder da oben hoch da oben hoch natürlich war ja klar der weitesten ort den man entfernt ist ein ort dem zu einfach gewesen hier immer die grenze so ist wirklich jetzt gut ihr vorex körper findet die mädelbühne wollte mich denn eigentlich fädeln und zählt hat nicht mal dass quest das einfach nur überflüssige weg mache damit bloß das Gebiet auch kennst. Aber wir kennen das Gebiet schon, deswegen rennen wir hier wie irren durch die Gegend. Wo ist eigentlich mein Dingens? Ah, der ist in Breland natürlich. Das war ja klar. Wollen wir euch den in Breland gelassen? Was mich ja viel mehr ärgert ist, dass ich... Oder? Zählt das unter K? Ja, hier kann ich mir meine Gambits angucken. Guck mal, sind die nicht toll, meine Gambits? Überzeugung. Reittiere... Passiv... Passiv? Nein, ist ja aktive Fähigkeit. Feldfrüchte... Marktstellenfertigkeiten. Ja, ist nur einer. Ich hätte eigentlich nämlich zwei Marktstellenfertigkeiten oder sogar drei mit dem anderen Schar, als ich noch Turbinepunkte bekommen habe, als ich VIP war. Aber da ich nicht mehr bin, müsste ich jetzt irgendwie gucken, dass ich mir die kaufe. Aber ich muss natürlich sparen... Für die... Äh... Äh... Für was eigentlich? Für was spare ich eigentlich? Ach ja, für die Questpakete, genau. Für die Questpakete spare ich. Weil ich sonst natürlich nicht mehr weiterquesten kann. Außer natürlich holen wir wieder VIP. Aber... Ich glaube, dass... Ich mach erstmal so weiter. Und guck erstmal, wie weit ich dann komm. Weil... Das Questpaket für... Ich glaub, einsame Lande kann ich gar nicht mehr kaufen. Deswegen, ich glaube, das hab ich schon. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Aber anscheinend hab ich das schon. Weil gekauft hab ich's nie. Ich war VIP. Wobei doch, einsame Lande hab ich gekauft. Aber ich habe... Alles danach nicht mehr gekauft. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Ich weiß es doch auch nicht. Ich hab das doch vergessen. Das ist irgendwie... Zwei Jahre her oder so. Oder drei. Soll ich das denn alles wissen. Kann mir doch nie alles merken hier. Ich kann mir doch nicht alles merken. So, hier passiert gar nichts mehr. Und nun? Äh... Achso, zünde den Vollwegskörper. Zack. Zünden wir mal den Vollwegskörper. Und nun? Sprecht mit Adela Tuck. Wirklich. Das ist auch echt die dümmste Questreihe ever. Wahrscheinlich auch die, wo man... Obwohl... Generell sind eigentlich alle langen Questreihen. Im Outland. Nur so lang. Weil du so viel durch die Gegend rennen musst. Ohne Ende. Du rennst nur hin und her. Die ganze Zeit. Egal, was das ist. Du bist nur am Latschen. Weil die es nicht gebacken kriegen. Das Gebiet kleiner zu machen. Oder die Sachen näher aneinander zu legen. Mann. Naja, das war halt damals doch so. Da hat man das noch gemacht. Ist zum Glück mittlerweile anders. Da ist es dann ein viel größeres Gebiet. Hat viel weniger Platz im Endeffekt. So. 62 haben wir. Es ist schrecklich. Und ist er jetzt beruhigt? Natürlich nicht. Oh je, oh je. Dürfte ich euch um Hilfe bitten? Stellt euch den Geist. Ich stelle mich dem Geist des Alten Tuck. Hier ist nämlich ein kleines Bücherregal. Oder darin ist ein kleines Eichhörnchen. Da. Da ist der Geist des Alten Tuck. Geht euch an. Ist ja nicht süß. Ist ja nicht süß, der Geist des Alten Tuck. Na? Äh. Wie vertreibe ich denn das? Äh. Ver-treiben. Ähm. Äh. Wie vertreibe ich denn das? Ver-treiben. Ähm. Ha. Perfekt. So. Jetzt ist das Eichhörnchen raus. Und ich habe die Quest abgeschlossen. Es tut mir leid. Ich will einen Gedanken ganz woanders. Du bist sowas von mit Gedanken woanders. Das macht eigentlich meine Rufi. Ach guck mal. Ich bin bald schon verwandter. Ist das glaube ich das nächste. So. Haben wir die Questreihe auch hinter uns. Wir haben nur noch vier Quests im Ganzen. Das ist ein bisschen Scharmützel. Ruf ist egal. Handwerkskunst auch. Ich könnte hier. Oils End. Ich weiß nicht ob die zählen. Weil die zählen nicht im Auenland. Von daher kann ich die auch echt abbrechen. Das sind nämlich die Prolog Quest. Und die sind eigentlich hier. Einleitung. Einsame Lande. Breland. Und natürlich ein Millionen Aufträge. Och diese Musik in diesem Haus ist so unglaublich. Unsagbar schrecklich. So die nächste Quest ist irgendwo da im hohen Norden. Und einfach mal nur 500 Meter weg. Wieso ist die 500 Meter weg? Achso. Weil ich hier zu Dingens. Der Tante mit den. Äh. Zu Heidehornbläser muss ich. Zu alten Heide muss ich. Genau. Weil die hat Kuchen gebacken. Mit irgendwelchen schlechten Früchten. Und die darf ich gerade wieder einsammeln. Der. Was war nicht der Punkt. Das war das womit ich eigentlich begonnen. Wollen. Würde. Hätten würde. Hätten würde. Wollen wollte. Ach keine Ahnung. Ich labere hier ein Scheiß. Das ist unglaublich. Ich verquassle mir hier die Zunge. Fusselig. Ich weiß nicht mehr was ich eigentlich erzählt habe in der letzten halben Stunde. Aber es war auf jeden Fall nichts von Belang. Oder es war nichts. Äh. Nichts von. Nein. Nichts von. Nichts von Belang. Sondern nichts von Sinn. Also ich bin von Sinnen. Aber meine Aussagen nicht. So. Jetzt beenden. So. Lobelias Kuchen. Tatverliehen. Oh. Guckt das euch an. Das ist einfach so schrecklich. Oh. Ist das schrecklich. Holt den Kuchen aus Dachsbauten. Holt den Kuchen aus Bla. Ja. Holt den Kuchen aus. Was weiß ich nicht. Was alles. Holt den Kuchen von überall und nirgendwo. Wo ist denn überall der Kuchen? Dachsbauten. Bulkfurt. Was auch. Hobbingen. Wir sind doch in Hobbingen. Wo gibt es denn den verdorbenen Kuchen in Hobbingen? Ist jetzt die Frage. Hier in dem Gasthaus vielleicht? Nee. Oder? Muss ja irgendwo hier auch den verdorbenen Kuchen geben dann. Auf der Map wird sich angezeigt. Gehen wir mal da rein. Weil wenn wir in Hobbingen auch einen verdorbenen Kuchen haben, dann muss der irgendwo hier auch dann zu finden sein. Ne? Kann ich euch irgendwie helfen? Herr Gastwirt. Oh. Die hätte ich vielleicht behalten sollen. Manchmal sollte man die Sachen einfach nicht verkaufen. Ich sag euch das. Ich sag euch das. Aber. Die können jetzt weg. Ich verkauf mir eben ein paar Sachen. Die Karte kann dann auch weg. Das hier. Und das hier. Ich mach mal so ein paar. So der gröbste, was mir gerade so auffällt. Kann nicht mal alles irgendwo in die Tonne kloppen. Hier sind noch ein paar Feuerwerkskörper. Der Dolch. Und die Verteidiger hier. Genau wie das. So die ganzen Klamotten. Und der Umhang. Kann erstmal alles weg. Da hinten ist glaube ich. Ist vielleicht hier hinten der. Kuchen. Den ich abholen muss. Der sieht so aus als hätte ich ihn gegessen. Wenn ich mir das angucke. Aber anscheinend nicht. Hm. Wo auch immer der Kuchen in Hobbingen sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Aber irgendwer muss ihn ja haben. Den Kuchen. Den verdorbenen Kuchen. Legenden ranken sich um ihn. Um den verdorbenen Kuchen. Verkauft jemand Birnenstreuselkuchen mit Himbeeren. Boah das klingt so geil. Oh Birnenstreuselkuchen. Huch. Spiel. Was war das denn für den Leck? Hilfe. Was ist denn nun los? Ich war gerade hier so. dabei mich über. Dass mir das Wasser im Mund zusammen läuft. Weil ich mir Gedanken mache. Über Birnenstreuselkuchen mit Himbeeren. Äh Brombeeren. Nicht Himbeeren. Ist noch besser. Boah geil. Hm. 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 Ein köstliches Mittagessen. Ja. Voll geil. Hätt ich jetzt auch gerne. Ah das war für Ruf. Aber den Ruf brauchen wir noch längst nicht. Weil wir haben noch nicht mal das Gebiet auch nur ansatzweise in Betracht gezogen da mal hinzugehen. Von daher. So. Hier gibt es zwei Quests. Die eine ist überflüssig. Die vier aber nicht. Sag. Findet einen Sack wilder Bienen. Wo finde ich denn einen Sack wilder Bienen? Oh. Lange lebe die Königin. Äh. Wo muss ich dafür hin? Was? Da unten? Und mich verarschen. Da unten muss ich hin? Die haben sie doch nicht alle. Was denn da für eine Quest? Ja gut. Ich habe eine Viertelstunde Zeit. Aber die brauche ich auch fast bis da unten hin. Echt ey. Wer denkt sich denn sowas aus? Gut. Da muss ich nur hin glaube ich. Und nicht zurück. Weil das würde ich nicht schaffen. Bin ich eigentlich schneller wenn ich die ganze Zeit hüpfe mit dem Pferd? Ich liebe diese Animationen. Yeah. Huah. Und die Beine ausstrecken. Weil jedes Pferd so springt. Das ist so. Also das geht ja. Das sieht ja ganz gut aus. Ne. Aber das hier. Das geht gar nicht. Wie weit man hier rauszoomen kann. War das schon immer so? Krass. Ich spiele ja immer so. Voll nah eigentlich. Ich meine ich kann auch Ego Perspektive machen. Da kriegst du auch echt einen am Zizi, ne? Hilfe, ich hör mal lieber auf. Ich dachte, irgendeiner hier einen Anfall kriegt. Während er mein Let's Play guckt. Muss ja nicht sein. So, sind hier die ollen Bienenstöcke hier? Wie weit das auch weg ist, einfach mal. Mein Gott. Ist doch gar nicht. Ach, die waren hier unten, ne? Die Bienenstöcke, genau. Die standen doch da. Bei dem da unten, genau. Neben Longolochnershof. Also wild sehen die jetzt, da sind die gar nicht. Ich dachte, die wären das. Das ist ja der Imker hier. Aber ich muss halt wilde Bienen finden. Oh mein Gott. Ich muss wilde Bienen finden. Wo gefände ich denn wilde Bienen, bitte? Wilde Bienen. So, wo gibt's denn wilde Bienen? Da sind wilde Bienen. Ah, wilde Bienen. Ach, ich muss laufen. Hier kommt mich doch mal. Ich geh kaputt. Das Geräusch alleine. Klar, die trägst du so durch die Gegend, die Bienen. Und gestochen wirst du nicht. Na gut, wir müssen ja nur zu dem da. Gott sei Dank. Und dann haben wir 66, ne? Oh, bitte. Das ist total egal. Yeah. Und Martom. Hab ich bald? Ah, dauert noch, dauert noch, dauert noch. So, was gibt's hier? Kräuter im Waldhof. Nehmen wir halt die nächste Quest. Ist mir auch egal. Die nächste beste Quest, besser gesagt. Ich hab noch zwei Aufträge. Zwei Quests im ganzen Auenland. Die würden mich doch alle echt ein bisschen veräppeln jetzt hier. Ich muss langsam mal irgendwie neue finden. Aber ich weiß nicht, wo ich die hernehmen soll. Wo gibt's die denn hier? Vielleicht hier unten im Waldhof. Das sind bestimmt noch viele. Hier unten war ich ja noch fast gar nicht. Da sind bestimmt ganz viele Quests noch. Ich seh das doch. Ich weiß es doch fast schon. Eigentlich weiß ich es doch. Ich tu nur so, als würde ich es nicht wissen. Ne, ich weiß echt nicht. Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Und ich seh aber, die Zeit ist schon wieder um. Naja, das machen wir in der nächsten Folge. Bis morgen. Macht es gut. Und tschüss, wie sonst auch.